Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die Richtung Allgemeinheit gehen, also Fußball an sich, der Bundesliga-Fußball an sich, auch jetzt wieder nicht die Frage, das sind jetzt auch wieder keine Standarddinger. Ich habe probiert, da schon ein bisschen spezifisch auch zu sein und die Torwart-Sache im Hintergrund noch zu lassen, irgendwo. Du hast gesagt, du bist jetzt in Quarantäne gewesen, vier, fünf Tage, weil du im Urlaub warst, da warst du wahrscheinlich auch auf kicker.de und man surft dann natürlich auch irgendwo im Internet rum. Und wenn du jetzt beispielsweise über diese Headline stößt, Wechsel von Müller, bla bla, es hängt nur noch an Kleinigkeiten, dann klickst du drauf und dann steht da, wie sind sie sich nicht ganz einig, da geht es um eine Million Euro. Also als Junge aus Saarbrücken oder aus Saarlouis, der standardmäßig durchs Leben marschiert und dann sieht, okay, jetzt redet jemand von mir von einer Million Euro, also über den Wert von mir von einer Million Euro. Macht das was mit dir irgendwie? Ja, ich glaube, es ist generell ein schwieriges Thema. Im Fußball, dann gerade in Bezug auf die Gesellschaft. Ich versuche, mich da komplett von frei zu machen, weil ich finde es generell übertrieben im ganzen Fußball, also was für Summen aufgerufen werden. Und ich glaube, da sind wir jetzt noch das geringere Übel, sage ich mal, wenn es dann irgendwie um ein paar Millionen geht, jetzt soll es nicht falsch klingen, aber wenn es dann um 100 Millionen oder sowas geht, ich finde, das ist übertrieben und auch nicht gerechtfertigt oder so. Also ich glaube, kein Mensch auf der Welt ist 120 Millionen wert oder 200 Millionen wert. Ich glaube, da muss ich schon bei 30 Millionen fragen, ob das so gerechtfertigt ist. Ich glaube, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht in der Situation, der das entscheidet oder der diese Humor bezahlen muss. Das müssen andere für sich rechtfertigen. Ich glaube, wir sind so Teil des Systems halt. Wir können ja im Endeffekt auch nichts dafür. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, finde ich persönlich nicht klar. Sicherheit haben wir viel geopfert, sage ich mal, oder liegen gelassen in der Jugend, aber wir werden auch dementsprechend dann auch belohnt dafür. Aber ich glaube, diese ganze Thematik, wenn es da um hunderte Millionen geht, ich glaube, das ist komplett überrissen. Ja, also an sich ist es natürlich absurd, wenn es jetzt darum geht, während der Runde zum Beispiel, also wenn du in der Runde bist und kriegst auch solche Sachen mit, wie geht es weiter, bleibe ich bei meinem Verein, auf einmal kommt mein Verein und sagt ja vielleicht eher wahrscheinlich nicht und auf einmal kommt klare Kante und sagen, nee, du musst oder du darfst wieder zurück nach Mainz, sagen wir es so, oder zu deinem alten Verein, ist es dann was, was dann auch bei dir so ein Stück weit Druck aufbaut? Und wenn ja, wenn das so ist, gehst du das Ganze auch sportpsychologisch an, also holst du dir da nicht Beirat, aber gehst du da auch zum Sportpsychologen beispielsweise, wie das auch viele Fußballer zum Beispiel machen, um gerade diesen Druck so ein bisschen von dir wegzuhalten, diese ganze Sache? Nee, also ich arbeite da in der Richtung mit keinem zusammen, also ich brauche es auch für mich jetzt persönlich gefühlt nicht. Es gibt ja immer so, hatte jetzt schon mehrmals bei Vereinen dann auch Vorträge irgendwie, wo dann mal so ein Sportpsychologe eingeladen wurde und erzählt hat und so. Und habe mir dann nochmal von einem Kollegen, der dann auch dort war, der hatte so ein Buch dabei von sich, also wo er geschrieben hat, habe mir das nochmal ein bisschen durchgelesen, alles und so, aber ich glaube für mich, ich brauche das jetzt nicht persönlich. Ich regle das viele mal mit meinem Umfeld, meiner Familie, mit meinen Freunden, meiner Freundin, da rede ich dann drüber. Und die Meinung ist mir dann auch wichtig, gerade wenn es irgendwie jetzt mit Fehler oder sowas ist, da den Austausch zu haben mit meinen Eltern und meinem Vater vor allem, der früher auch ein bisschen am Tor gespielt hat. Und dann auch mit dem Torwarttrainer das dann auch offen zu besprechen. Ich bin jetzt kein Freund davon, der dann das Schöne redet oder so und sich hinstellt und sagt, das war schwer, das war schwer, das war schwer und das ist blöd gelaufen. Sondern ich sage dann auch ganz klar, okay, das war scheiße, das habe ich nicht gut gemacht, da habe ich einen Fehler gemacht. Weil ich glaube nur, das bringt dir auch persönlich was, um dich dann auch weiterzuentwickeln. Ja, also ist dann so, dass du es halt auch noch nie gebraucht hast, sage ich jetzt einfach mal. Also das ist jetzt, soweit bist du jetzt, okay. Du hast einen Torwarttrainer angesprochen. Wenn der Torwarttrainer merkt, also es war vielleicht jetzt bei Corona ein bisschen einfacher, dass du jetzt auch vom Kopf her vielleicht nicht bei der Sache bist, sowohl im Training als auch im Spiel, vor allem im Spiel, gibt es da so eine Art In-Game-Coaching? Also möchtest du das? Ist es schon vorgekommen? Kommt es vor, dass der Torwarttrainer während dem Spiel auch versucht, auf dich einzuwirken zum Beispiel? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, der Torwarttrainer und der Torwart in dem Fall sind oft so ein Blickkontakt auch im Spiel. Ich glaube, gerade nach Aktion, wenn es auch nur ein Ball im Spielaufbau war, ein Chipball, der irgendwie nicht so einfach war, der ankommt. Und ich glaube, da ist so diese Kommunikation, selbst wenn es nur mit den Augen ist oder mit der Gestik ist, ich glaube, die ist da ganz wichtig. So kleine Zeichen, die dann auch dir ein Stück weit Sicherheit geben, wenn du weißt, okay, das war gut. Und das wird dann auch von draußen dann so aufgestellt. Das sind ja Dinge, die kriegst du vom Fernseher gar nicht mit, weil wenn, dann wird der gestikulierende Cheftrainer gezeigt. Der Torwarttrainer ist ja dieses Jahr meistens so der gewesen, der irgendwie das Schild hochgehalten hat mit der Rückennummer oder der irgendwie mit dem Block einfach nebenan gesessen ist. Was ich noch habe, also bezüglich Torwarttrainer, Torwartteam, wie wichtig ist für dich da so ein offener, zwischenmenschlicher Umgang? Also, dass man da offen kommuniziert untereinander, nicht nur mit dem Torwarttrainer, sondern auch im Torwartteam an sich, mit den Torwartkollegen? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, gerade weil du halt jeden Tag zusammen auf dem Platz bist, dass du da eine gute Stimmung hast. Weil ich glaube, eine gute Stimmung trägt maßgeblich dann auch dazu bei, dass alle sich wohlfühlen und dann auch im Endeffekt dann auch verbessern und entwickeln können. Ich glaube, das war jetzt in allen Mannschaften oder in allen Torwartteams so, wo ich jetzt war, dass immer eine richtig gute Stimmung war, viel Spaß dann auch hatten im Training und ich glaube, das trägt immer dazu bei, dass man sich dann auch weiterentwickelt. Ist es also auch so, dass du dann offen für Kritik bist, in jederlei Hinsicht, auch von der Nummer 3 oder vielleicht von einem Torhüter, der aus der U19 mittrainiert? Nicht, dass jetzt einer von der U19 kommt und sagt, jetzt Flo, was ist los mit dir? Also das nicht, aber dass ihr da einfach offen kommuniziert und so weiter auch. Also ist es tatsächlich so, dass ihr da auch in Mainz beispielsweise nicht nur in Freien? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, jetzt das untereinander im Training, das da jetzt irgendwie jetzt kritisiert oder irgendwie so ins Detail gegangen wird, was jetzt Torwart spezifisch oder Verhalten angeht, ich glaube, das ist jetzt nicht so der Fall. Ich glaube, das kommt dann schon vom Torwarttrainer. Aber ich glaube, klar, ich glaube gerade so, was wir am Anfang gesprochen haben, sage ich mal, wenn du bist, der spielt und jetzt vielleicht ein A-Jug-Spieler kommt oder so, ich glaube, der nimmt es dann schon gerne entgegen, wenn du was zu ihm sagst. Aber ich glaube, andersrum oder jetzt irgendwie andere Konzeptionen, da ist es eher weniger der Fall. Also quasi ist es dann so eine Art, man schaut sich dann doch Dinge ab, wenn man auf Augenhöhe ist. Beispielsweise in Mainz ist es ja schon so Augenhöhe ohne Ende für mich gewesen, jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre. Robin Zentner war ja dann ganz kurz in Kiel, meine ich, das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Und dann ist noch Finn Dahmen da, also das war ja dann auch schon ein Torwart-Team, das vom Leistungslevel her auf einem sehr, sehr hohen Niveau war. Und Robin Zentner und du, ihr seid ja wirklich relativ gleich, meiner Meinung nach. Auch wenn ihr ein anderes Spiel habt, aber an sich am Ende, was unterm Strich steht. Jetzt ist die Frage, es gab ja Jahre, da haben die Mannschaften gesagt, hey, ich will zwei gleichwertige Torhüter und die sollen sich dann kitzeln. In der Zwischenzeit hat sich ein bisschen rauskristallisiert, auch bei anderen Bundesliga-Vereinen. Hey, wir haben eine klare Nummer eins, wir haben eine erfahrene Nummer zwei, die dahinter steht und einen jungen dritten Torhüter beispielsweise. Findest du, es kann von Nachteil sein, wenn du zwei auf absoluter Augenhöhe agierende Torhüter hast? Oder sagst du, nee, das ist einfach ein Push in der Regel? Ja, ich glaube, es ist dann auch eine Typfrage, wer halt dann spielt oder wie es dann halt aussieht im Torhüterteam. Aber ich glaube, es ist schon besser, wenn man eine gewisse Rangordnung hat. Also klar, der Konkurrenzkampf ist so oder so immer da im Training, auch wenn es eine klare Nummer eins, eine klare Nummer zwei geht. Aber ich finde schon, dass man das haben sollte, dass man sagt, okay, hier, das ist meine Nummer eins. Klar, dass wenn man jetzt fünf Fehler in fünf Spielen hintereinander macht, dass dann vielleicht irgendwann mal da dran gerüttelt wird, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, wenn du jetzt jede Saison irgendwie dann in die Saison gehst und vor der Vorbereitung heißt, okay, jetzt ist wieder offener Konkurrenzkampf um die Nummer eins. Ich glaube, es ist, ich glaube, für mal ein Jahr oder ein halbes Jahr ist es okay. Ich glaube, das kann dann beiden schon weiterhelfen. Aber auch lange ist es gesehen, das ist, glaube ich, nicht die beste Voraussetzung. Ja, das ist so der Punkt. Wir hatten vorhin, bevor ich aufgezeichnet habe, schon drüber gesprochen, Torwartspiel, wie sehr beschäftigt dich das auch neben dem Platz? Also wenn du nicht auf dem Platz bist, sondern wenn du auf dem Trainingsgelände runterfährst und sagst, hey, heute eigentlich Feierabend, bist du dann trotzdem noch dabei, dass du schaust, was geht im Internet oder auf Instagram? Oder bist du in Kontakt mit anderen Torwarttrainern oder anderen Torhütern beispielsweise aus der Liga auch, um dich einfach auszutauschen? Oder sagst du, nee, ich fahr zum Trainingsgelände runter und jetzt ist Schluss? Nee, also ich beschäftige mich schon gerne damit, muss ich sagen. Also ich schaue mir schon viel an, dann auch so detailliert, aber dann eher für mich selbst, wo ich dann so für mich dann die Sachen irgendwie anschaue, für mich Sachen rausziehe. Ich glaube, da kann man sich viel abschauen auch von anderen und dann auch für sich so seine Schlüsse ziehen und vielleicht auch ein, zwei Sachen mitnehmen, was man vielleicht anders machen kann oder wo man vielleicht ein bisschen anpassen kann. Ich glaube, jetzt so mit anderen Torhütern oder so, klar, ist man vielleicht mal im Austausch oder jetzt mit Torhütern, mit denen man zusammengespielt hat, aber jetzt nicht so detailliert über das Torwartspiel. Ich glaube, dann eher so allgemein über alles Mögliche, aber ich glaube, dass man jetzt so brutal so ins Torwartspezifische reingeht, das macht man jetzt eher nicht. Ich glaube, es ist, wie gesagt, eine Typfrage, aber ich beschäftige mich auch gerne mal zu Hause damit oder so und schaue mir dann nochmal die Spiele dann vielleicht auch nochmal an von mir dann irgendwie. Zeichen schmeißen es auf dann und schauen mir dann die Szene auch nochmal an. Ich glaube, da, aber wie gesagt, das ist eine Typfrage, was man auch braucht. Manche fahren dann lieber nach Hause nach dem Training und beschäftigen sich dann nicht mehr damit. Ja, Flo, das war es gewesen mit meinen Fragen. Also erstmal danke, dass du die Fragen eigentlich auch alle so ausführlich beantwortest. Ja, das wäre das gewesen. Ja, mir bleibt gar nicht viel mehr anderes übrig, als dir alles Gute zu wünschen für die Zukunft, was auch immer, was auch immer kommen mag. Ich denke, es wird das Richtige passieren und es wird irgendwas passieren, was du dir verdient hast. Ja, ich sage danke, ja, und ich hätte gesagt, bis ganz bald vielleicht, wer weiß. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Hat mich gefreut und war ganz cool, auch mal ein bisschen detaillierter über alles zu sprechen. Nicht so wie sonst, wie man es kennt vielleicht. Ja, diese Standardsachen. Gut, ich danke dir und sag bis bald, gell? Ciao. Alles klar, ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.